Meine lieben Freunde, ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung heute wieder so zahlreich gefolgt sind. Ein Beweis dafür, für eine ganz gewisse Treue zu Bruno Gröning. Meine lieben Freunde, ich möchte nicht versäumen, auch unsere Gäste zu begrüßen. Unsere Gäste aus Berlin, aus Nordenham, ja selbst aus Argentinien. Meine lieben Freunde, heute ist wieder Bruno Gröning bei uns. Und Sie alle wissen ja, wenn unser großer Freund bei uns ist, dann ist das für uns alle ein ganz gewisser Festtag. Heute hatte ich erst vor 14 Tagen die Gelegenheit, drei Tage mit ihm in Plochingen zusammen zu sein. Und meine lieben Freunde, ich glaubte schon, dass ich sehr, sehr viel mitbekommen hatte. Ich war bemüht, dieses Mal der Gemeinschaft wieder zu übermitteln. Und meine lieben Freunde, seit gestern ist Bruno wieder bei uns. Und ich muss immer wieder sagen, eine Fülle von dem, wo und was wir nie erahnen. Und ich bin immer so dankbar, wenn er mit seiner ganzen Güte zu uns bricht. Und meine lieben Freunde, auch Sie wissen ja, dass Bruno Gröning in einer ganz gewissen Hinsicht dankbar ist für jedes Mitglied, das ihm seine Treue beweist. Und darüber wollen wir uns klar sein, war doch unser großer Freund einer ganz gewissen Verfolgung ausgesetzt. Und meine lieben Freunde, ich freue mich am allermeisten darüber, dass wir jetzt, wie wir in Plochingen waren, von der Christel von Kellner die Platte geschenkt bekamen, die sie eben zu Gehör bekommen haben. Und zwar die Platte, selig sind die Verfolgung laden. Und meine lieben Freunde, Sie wissen ja alle, wie man unseren großen Freund immer wieder angegangen ist. Man hat ihn verleumdet, man hat ihm der Gerichte ausgesetzt. Und meine lieben Freunde, man hat sogar über ihn das richterliche Urteil gefällt. Das wissen Sie alle. Trotzdem freue ich mich, meine lieben Freunde, dass wir so zahlreich ihm zur Seite stehen. Und das ist ein Beweis dafür, dass er uns nur immer wieder das Gute gebracht hat. Was will Bruno Gröning? Bruno Gröning will weiter nichts, als will uns dem Guten, das heißt dem Göttlichen und das heißt Gott nahe bringen. Meine lieben Freunde, darum wird Bruno Gröning verfolgt. Wenn heute die Ärzte gegen ihm Zeder schreien und Zeder mordern und sonst etwas tun, meine lieben Freunde, dann ist das zu Unrecht. Niemand hat das Recht, Bruno Gröning zu verfolgen. Niemand hat das Recht, über ihn irgendwie ein Urteil zu fällen. Niemand ist in der Lage, uns Gott näher zu bringen, wie gerade Bruno Gröning. Das ist meine Überzeugung, meine lieben Freunde. Und ich glaube, dass auch Sie derselben Meinung sind. Wir alle haben schon des Öfteren Gelegenheit gehabt, Bruno Gröning nicht nur zu sehen, sondern zu hören. Und meine lieben Freunde, bei wem, bei wem strahlt das Herz nicht höher, bei wem schlägt es nicht höher? Bei allen. Und wir alle wissen ja, dass Bruno Gröning aus einer ganz gewissen Berufung zu uns gekommen ist. Meine lieben Freunde, wir wissen auch, dass Bruno Gröning sich diese Berufung, die ihm auferlegt ist, sehr ernst nimmt. Und wir alle wissen ja auch aus diesem Grunde, wer er ist. Ich möchte Sie, meine lieben Freunde, nicht irgendwie langweilen. Das liegt mir nicht. Viel wichtiger ist, dass wir, wenn wir Bruno Gröning hören, uns aufgeschlossen auch ihm nähern. Und ich darf das nochmals wieder sagen, meine lieben Freunde. Ein jeder bekommt nur so viel von Bruno Gröning, wie er gewillt ist, sich innerlich zu öffnen. Und meine lieben Freunde, ein Zeichen dafür, dass es nicht an Bruno Gröning liegt, sondern es liegt an uns. Und meine lieben Freunde, auch Sie wissen, dass gerade Bruno Gröning sich diese Gemeinschaft, die Hamelenser Gemeinschaft, sehr ins Herz geschlossen hat. Ich habe schon an Ihrem Gemeinschaftstag davon gesagt. Und mein Freund Kunze wird es jetzt auch in Plochingen wieder gehört haben und wird es Ihnen vermittelt haben. Ich weiß, dass gerade die Gemeinschaft Hamel, Bruno Gröning, ein Begriff ist, dass gerade die Gemeinschaft Hamel ihm sehr am Herzen liegt. Und ich darf Sie nur bitten, meine lieben Freunde, seien Sie ihm dankbar. Denn das hat Bruno Gröning verdient. Und wir haben die Pflicht, meine lieben Freunde, dafür zu sorgen, dass eines guten Tags auch der Weg wieder frei wird für Bruno Gröning, dass er in Hamel bei Ihnen sprechen darf. Wenn ich heute Ihnen die Gelegenheit gebe, meine lieben Freunde, ich möchte keinen Dank dafür haben. Ich freue mich, dass ich in der Lage bin, Ihnen Bruno Gröning nahe zu bringen. Und hier in unserem Haus, da tue ich das gern, meine lieben Freunde. Und seien Sie davon überzeugt, dass mir Ihre Gemeinschaft genauso am Herzen hängt und liegt wie meine Gemeinschaft. Und aus dieser Überzeugung heraus, meine lieben Freunde, möchte ich auch Ihnen Bruno Gröning nahe bringen. Und seien Sie unserem Freund Kunze dankbar für seine aufopfernde Tätigkeit innerhalb seiner Gemeinschaft. Und so möchte ich nun bitten, meine lieben Freunde, ich will Sie nicht weiter langweilen. Ich möchte nun, dass unser Freund Bruno zu Ihnen spricht. Und das ist wichtiger, als wenn ich Ihnen was zu sagen habe. Grüß Gott, liebe Freunde. Liebe Freunde, was glauben Sie wohl, warum, wieso, weshalb wir uns auch heute hier eingefunden haben? Vorerst möchte ich nicht verfehlen, den Dank, den wir alle, unseren Gastgebern hier deshalb abzustatten haben, da er uns heute die Gelegenheit wieder mal gegeben, dass wir uns alles in allem gesehen näher kommen. Wenn ich und wie ich auch die Frage an Sie gerichtet, was glauben Sie wohl, warum, wieso, weshalb wir heute hier beisammen sein dürfen? Was glauben Sie wohl, warum dieses alles so ist? Glauben Sie womöglich, dass wir nur Zusammenkünfte haben, um uns zu unterhalten? Womöglich einen Kaffeeklatsch abhalten wollen? Oder aber, dass wir ein Familiengrenzchen bilden? Nein, Freunde, so ist es nicht. Das göttliche Werk ist zerstört, alleine nur von der bösen Macht. Und dass die böse Macht heute auf dieser Erde sich in den Glauben versetzt hat, dass Sie alleine die Herrscher sind, dass Sie alleine bestimmen können. Diese Macht hat sich auch Gesetze geschafft. Und wo Sie alles Mögliche versuchen, obwohl Sie auf der einen Seite den Menschen alles Gute, auch die Freiheit versprochen haben, Sie aber bei weitem nicht einhalten. Nicht einhalten können deshalb, weil all das, was Sie wollen, im großen Widerspruch steht. Wir natürlich müssen auch von diesem Gesetz so weit Gebrauch machen, nicht wie wir es verstehen, sondern wie es geschaffen ist. Wir zählen nicht zu den Menschen, die da womöglich wie die Katze um den heißen Brei laufen, sondern wir gehen geradeaus. Aber was nutzt das alles, liebe Freunde, wenn wir uns nicht dementsprechend verhalten, wie wir uns wirklich zu verhalten haben? Wenn wir nicht all das tun, was uns auch hier in dem menschlichen Gesetz freigestellt worden ist. Wenn wir das nicht beherzigen, wenn wir das nicht in die Tat umsetzen. Wir haben das volle Recht. Wir haben aber auch die volle Pflicht, es zu tun. Notwendig ist es immer, dass Freunde, die dem Freundeskreis schon angehören, immer nur das sagen, von dem sie überzeugt sind. Nicht, dass sie ihre Meinung herausstellen oder womöglich, dass sie sagen, man könnte ja alles versuchen. Wirklich. Gott ist kein Ding unmöglich. Aber der Mensch selbst, wie er hier lebt und wie er nach anderen Zielen strebte, da sieht es ganz anders aus, dass der Mensch von all dem, was Gott für ihn ist, auch nicht das Geringste mehr weiß. Er tastet im Dunkeln. Er versucht alles Mögliche und tut nie das Rechte. Deshalb nicht, weil er von dem Recht, das ihm Gott gegeben, nichts mehr weiß. Nicht einmal das menschliche Gesetz ist den Staatsbürger, das sind sie, verzeihung, den Bundesbürger, das sind sie, geläufig. Er weiß nichts von dem. Er kümmert sich auch nicht drum. Wenn ihm mal eine Gefahr droht, na, da muss er einen Rechtsvertreter, äh, einen Rechtsvertreter, beinahe gesagt, Rechtsvertreter, sich zur Rate ziehen und den auch gut besolden. Dafür kann er dann viel und gut schaffen. Das heißt, ihm so viel geben, dass er auch erleben kann. Man muss das nicht. Man braucht es nicht. Und jetzt fragt sich, ob sie auch den richtigen Rechtsvertreter haben, der sie zu ihrem Recht verhilft. Genau gesagt ist es heute doch so, dass nur der auf dieser Erde Recht erhält, der das Rechte beweisen kann. Niemals der, der Recht hat. Also da ist schon ein Unterschied vom menschlichen zum göttlichen. Im göttlichen bekommt der Recht, der Recht hat. Nicht der es beweist, sondern der wirklich Recht hat. Also all das, liebe Freunde, ich hab's noch kurz angeschnitten, muss der Mensch wissen. Dazu und darum kommen wir hier zusammen. Wenn Sie in der einen Sache nichts wissen und so von der anderen gar keine Ahnung haben, da haben Sie Ihre Gemeinschaftsleitung hier. Da können Sie mit Fragen kommen. Sie werden aufgenommen. Wenn er selbst keine Antwort geben kann, dann wird es weitergeleitet, wie wir heute den Verein, der eingetragen ist, besitzen und dass diese sich dann damit zu beschäftigen hat, jedem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber es ist noch viel, viel mehr vorgesehen. Nur auch müssen Sie dieses wissen. Und die Gemeinschaftsstunde, ja, Freunde, die auch in meiner Abwesenheit zu besuchen, ist immer notwendig. Nicht, dass ich sie bedränge, nicht, dass ich es verlange, aber ich glaube doch, sagen zu können, das ist die Pflicht eines jeden Freundes ist, diese Stunde deshalb beizuwohnen, damit er nicht ins Hintertreffen kommt und danach womöglich sagt, ja, das habe ich nicht gewusst. Denn daraus entstehen die Fehler. Da weiß der Mensch nicht zu sprechen, da weiß er sich nicht in Worten auszudrücken und da kommen all diese Beschwerden zustande, die wieder mich selbst belasten, in denen ich das wieder nach gerade biegen muss. Jeden Fehler, den Sie bisher begangen, nicht Sie persönlich, hier alleine, viele Freunde, die im guten Glauben gesprochen, die aber sich nicht auszudrücken gewusst, die ganz andere Bezeichnung genommen, wo ja nur einzelne dieser, unser Gegner darauf achten, ah, er hat dieses, das und jenes gesagt, da können wir einhaken. Und auf wen kam das zurück? Alleine auf Gründen. Der musste wieder alles ausbiegeln. Eine Vernehmung über die andere. Ein Prozess über den anderen. Einer noch nicht zu Ende. Der nächste folgt schon. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber da dieses doch tatsächlich von einzelnen Freunden herstammt und dass ich das wieder gerade stellen muss, ich möchte Ihnen die Schriftsätze, die wie ich sie verfasst habe, nicht vorlesen, dann würden Sie sagen, so weit darf man ja gar nicht gehen. Dann bekommen die Herren vom Gericht, hier vom Gericht, einen tatsächlich anhaken und dann würden Sie einen noch verurteilen wegen Beleidigung oder sonst was. Oh nein, ich habe einen geraden, einen offenen Mund. Ich spreche, wie ich auch nur die Wahrheit schreibe. Weiter nichts. Aber es muss gesagt werden, Freunde, hieraus entstanden die meisten Störungen. Und ich bitte Sie jetzt, die Worte zu beherzigen und wirklich das zu tun, dass Sie sich von dem überzeugen. nur alleine das genommen, wie die Behörde da ankommt und sagt, das sind leichtgläubige Menschen. Die sind einer Hysterie verfallen. Ja, da muss ich jetzt im ganzen Freundeskreis fragen, ob dem so sei, ob sie hysterisch sind. Männer wie Frauen, erstaunt sind die Herren der Justiz und der Behörde nur, indem sie sagen, ja, aber die Prominenz ist auch ganz stark vertreten. Wir können diese Menschen nicht verstehen. Ich höre nicht nur mit diesen Ohren, Freunde. Ich habe noch bestimmte Ohren, mit denen ich noch besser höre. Aber wie gesagt, aus diesem genommen, wie man mich für alles verantwortlich macht, auch wenn Sie ein falsches Wort von sich gegeben haben, Sie, das sind alle Freunde mit gemeint. Der eine hier, der andere dort. Gut gewollt, schlecht getan. Und ich soll dafür verantwortlich gemacht werden. Ja, also wie in einer Familie, wenn die Kinder etwas tun, was nicht zurecht besteht, dann geht man an den Vater ran, er ist verantwortlich für diese, seine Familie. Und jetzt, Freunde, wissen Sie, wie ich das auch sehr gut verstehe, ja, wir sind eine Familie. das sind wir. Und dazu dienen auch unsere Zusammenkünfte. Indem wir nicht ein kleinerer Datsch hervorbringen, nicht sagen, was der eine und der andere tut, nein, jeder spricht von sich selbst. Aber er bekommt hier so viel zu hören, so viel zu erfahren, dass tatsächlich für ihn keine Fragen mehr bleiben, der hat so viel in sich aufzunehmen und muss in der Zwischenzeit von der einen Gemeinschaftsstunde zur anderen alles dazu tun, um mit dem fertig zu werden. Das ist eine Lebensaufgabe. Wir sind eine Familie, eine große Familie. und das ist die Familie, die wir hier wieder wachrufen, das heißt, den Menschen wieder zu dem zurückführen, zu dem wir alle gehören. Zur großen Familie, die Familie Gottes. Wir sind die Kinder. Alles sind wir Kinder. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob arm, ob reich, gleich wie der Mensch ist. Wir alle gehören zu dieser Familie. Und hier erhalten Sie doch die Lehre, warum, wieso, weshalb wir zu dieser großen göttlichen Familie zählen. Warum wir zu dieser gehören, hat mit Beruf, mit Ihren Stang, mit all dem, was Sie sonst im Leben treiben, nichts zu tun. Aber die göttliche Familie ist zerstört, der Mensch ist verwirrt, er ist irregeführt, er ist voller Misstrauen, er besitzt keinen Glauben mehr, er weist sich selbst keinen Rat und konnte daher auch nicht mehr zur Tat übergehen. Er konnte nichts an sich und auch nichts für sich mehr tun, geschweige dem, noch seinen Nächsten mit Ratentat zur Seite zu stehen. Dazu dient diese Zusammenkunft. Dazu dienen diese Zusammenkünfte. Dazu dienen diese Gemeinschaften. Dazu dient das alles, meine lieben Freunde. bitte zum Hintergrund. Heute dienen die 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 und die 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 Vielen Dank.